Hier ist euer Kido801. Sie vermelden in einem Rundgang durch das Volkfest von Eichach 2016. Viel Spaß! Das erste, was gleich ins Auge sticht, ist das Casino Roal. Ein Losstand. Und hier Seaside. Ich laufe auf dem Wasser. Plus Casino Roal nochmal. Da gehen wir weiter. Hier in der Mitte vom ganzen Volkfest der Autoscooter. Neben dem Casino Schieß und Sport Graus aus München. Dann für die kleineren Besucher das Abenteuerland. Weg überliegend nochmal der Autoscooter. Und nach dem Abenteuerland kommt das Omni. Mit optischen Täuschungen. Dann nach dem Autoscooter. Graperie mit Grape. Lecker! Von M&M Weiß. Dann Berti Schokoladenfabrik. Und dann kommt hier bereits das Festzelt. Festhalle. Wie heißt es? Binzwanger. Von hier kam er nochmal. Einen kleinen Blick auf die Straße, die wir gerade gemacht haben. Bevor wir ins Festzelt gehen, viele Biergarten vom Festzelt. Und dann das Festzelt. Gut, wenn wir aus der Festzelt rausgehen. Hier haben wir noch die Weizenschenke mit Brauerei Kübara Bier. Es wird übrigens auch in Festzelt ausgeschenkt. Und ein Essenstanz. Hier die Fischbraterei mit ofenfrischen Brezen. Und hier ein Greitarmstanz. Las Vegas Playroom. Dann kommt hier Las Vegas Rock'n'Roll Cape Palace. Und davor noch ein Boxautomat. Du kannst testen wie stark du bist. Und noch ein Fußballautomat. Du kannst testen wie stark du Fußball spielen kannst. Dann nochmal der Autoscooter. Von der anderen Seite. Und danach noch ein Süßigkeitenstand. Schatzinsel. Captain Cooks süße Schatzinsel. Saltos. Einzigartig toll. Das kann man auch mieten. Mit riesen Spaß. Banshee Trampolin. Gleich neben der Schatzinsel. Und hier ist noch der Freestyle. Eines der Top-Fahrgeschäfte hier. Das war schon wieder der Rundgang. Durch das Volkfest von Eichhav. 2016. Weitere Videos findet ihr wie immer auf meiner. Auf meinem YouTube-Kanal. Akito8.1 auf YouTube. Oder besucht meine Facebook-Seite. Akito8.1 auf Facebook. Für weitere Termine. Rund um Volkfeste. Und Co. Ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Euer Akito. Achtung ein. Bis zum nächsten Mal.